Zehn vor neun, das reicht dann. Gut, der Schmerz hat uns verlassen. Jedenfalls nur im Spiel hier. So. Was ich heute eigentlich gerne machen würde, einen Wegstein bauen. Einen Wegstein, okay. Und zwar, da wo wir unsere Miene haben, weißt du? Die zweite, große, wo wir letztes Mal drinnen waren. Wo wir auch unten, ganz unten in der Schuhe ganz viel gefunden haben. Kannst du nicht einen Sinn? Äh, jein. Ja, da müssen wir ein paar Meter laufen. So, was kommt hier? Was ist das denn hier? Shale. Shale haben wir noch nicht. Wir haben eine neue Gesteinsart entdeckt. Der Aussortierer funktioniert. Ich bin begeistert. Naja, er muss ja funktionieren. Er läuft ja nicht mit Windows. So, das packen wir mal. Oh, Steine, steinen alle hier hinten. Packen wir die mal hin hier. Ja, kommt da rein. Äh, dir steckt ein Pfeil im Arm. Tut das nicht weh? In meinem Arm steckt doch kein Pfeil. Äh, jetzt nicht mehr. Das ist weg. Ähm, ja. Das Lagersystem funktioniert. Ich bin sowas von begeistert. Boah. So, für so einen Wegstein. Was braucht man dafür? Ähm. Den Wegstein. Wir brauchen Bruchstein und eine Enderperle. Bruchstein haben wir. Und wir brauchen eine Enderperle. Haben wir auch. So. Dann brauchen wir einen Wegstein. So, ich hab einen. Das ist gut. Ähm. Es ist Nacht. Schlafen. Schlafen. Betting gehen. Äh. Sind ja nur noch hier zwei. Gut. Macht richtig Spaß mit so vielen Leuten auf dem Server. Hat was. Auf jeden Fall. Was, hier, wie durch die Tür bin ich durch? Das müssen wir mal ganz schnell ändern. Wir haben mal hier das Essen hier bei dir reduziert. Oh, Schokolade. Guck mal, eine Schokolade hier. Verschleucheln, ne? Das ist nix. Okay, schlafen. So. Jetzt muss ich nochmal so ein Schild mitnehmen. Schubidubidu. So ein Wegschild. Ähm. Die Wegpumpe. So, hab ich hier noch so ein Schild. Was ist hier denn? Schön. Wegweiser. Eiche oder Birke? Oh, wir nehmen Eiche. Dann nehmen wir einen Eichenzaun mit. Ein Toilettenmaul ist zu neumodisch, ne? Wir wollten mich im Mittelalter lassen. Ja, das auf jeden Fall. Ich nehme hier noch. Ich schaue, dass man hier kein Plumsklo bauen kann. Oh, warte mal. Ich muss mal nach draußen. Hör auf zu lachen hier. Diensteil wollte ich gar nicht haben. Den packen wir hier wieder weg. So, okay. Dann gehen wir mal zu unserer Mine mal hin. Weißt du noch, wo wir überlang gehen müssen? Ich warte auf dich. Ich bin hier direkt vorm Haus. Komm her. Lass mich nur noch zu fressen mit. Nicht, dass du verhungerst. Ich habe immer noch zu fressen mit. So, ja. Leute gehen nicht verhungern unterwegs, ne? Ja, fast nicht mal an deiner eigenen Nase. Komm her. Wir gehen über die Hängebrücke. Aber nicht so schaukeln. Dann wird mir wieder schlecht. Das ist gerade lustig. Beseitige ich. Gelegentlich beseitige ich mal wieder. Ihr seht, Freunde. In Minecraft zu sterben ist nicht so schlimm. Das gibt alles. Wenn man eine gute Truppe hat, die zusammenhält. Für heute ist das wunderbar. Ich, der gerne isst, habe das Essen vergessen. Oh Mann, ey. So, dann laufen wir mal. So, hauen wir es. Boah, ganz schnell, ne? So. Und so. Du kommst mit, Schucki? Ja. Das ist doch schön. Also, ich glaube, mir schmeckt die Schokolade momentan gar nicht so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde krank. Kneifen ist nicht. Ich glaube, ich halt zu Hause. Irgendwie ging das hier so durch. Ach, ein Schweinchen. Gibt es die Bienenkönigin. Die brauchen wir aber nicht. Schucki nach Hause bringt, das vergisst du auch so schnell nicht, ne? Nein, das werde ich immer bei passender Gelegenheit hier im Stream sagen. Aber nee, das gibt sowieso einen Akt. Musst du mir unbedingt aufschreiben wegen dem BMX-Laden, sonst komme ich da nicht hin, ey. Oder man finde ich wieder nicht nach Hause. Also in Minecraft gibt es gar nicht einen BMX-Laden. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Nee, im Mittelalter gibt es auch keinen BMX-Laden. Jetzt habe ich hier eine Naturhose. Ein schlüpfriger Krastblock, der ist schlüpfrig. Schuwi-dubi-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Aber wir bauen jetzt unseren Wegstein dahin und damit wird es schneller gehen. Ach, ihr wollt die Tür mitnehmen. Mist. Oh Mann, vergessen. Ach ja. Ich hoffe, ihr lauft in die richtige Richtung. Ich muss gleich mal auf den Atlas gucken. Aber solche Landen bin ich gestern auch durchgekommen. Gestern? Nee, vorgestern. Naja, irgendwann mal. Nein, ich bin nicht verwirrt. Braucht ihr nicht zu denken. Kein Stück verwirrt. Da haben wir eine ganz schlüpfrige Gegend hier. Oh, blitzschöne Wasser. Wasser hier. So. Ja. Ich komme mir in den Gegenden, die kommen mir bekannt vor. Sie werden weiß. Uah. Hier ist ein Loch. Loch ist immer schlecht. Das Fleisch nimmt man immer gerne mit. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich muss gleich mal auf die Karte gucken. Äh, hier ist ein... Äh, wir sind da beim Smash. Nein, sind wir nicht. Hier ist ein Dungeon. Kenne ich den schon? Äh, ich... Ich... Ich frage mal Atlas. Ich frage mal Atlas, wo wir hier sind. Okay, den Dungeon kennen wir schon. Wir sind auf der richtigen Richtung. Wir müssen da lang. Okay. So, weiter geht's. Wir müssen in diese Richtung. Hier müssen wir irgendwann mal eine Straße hinbauen. Unbedingt. Das freut sich das Fleisch. Wird gerne mitgenommen. Ja, aber wir müssen hier doch in der Nähe, wo der Smash kommt. Nein, der Smash kommt in eine ganz andere Richtung. So. Ach. Ah, da kommen die Bär. Ah ja, da müssen wir gleich da sein, glaube ich. Oder? Täusch mich das. Ich muss mal kurz was fressen. So ein Franchise schicken. Ich tue euch nix. Tut mir auch nix. Dann ist alles bester Ordnung. Au. Voll auf die Knie. So, jetzt sind wir hier gleich da. Oh, auch ein extremen Berg hier. Es sind mehrere extremen Berge. Guck mal, hier ist schon ein Loch. Waren wir hier? Da ist schon ein Loch im Berg. Nein, das ist nicht unser Berg. Das ist der zweite Eingang. Wir haben einen anderen Eingang. Wo musst du den Eingang finden? Ist er hier vorne. Genau, hier ist er. Hier ist der Eingang. Das ist ja alles voller Wasser hier vorne. Okay, merci. Hat sich gereicht. So, ähm, ich würde sagen, dass wir hier noch zwei Fackeln hier hin, da hin, da hin und da hin. So, hier packen wir jetzt den Wegstein rein. Ja, wäre ich schon eins, ja. Ähm, wie nennen wir die Mine mal? Ja, weiß nicht, wie ist ein blöder Name. Fällt dir nichts ein? Nee, er war lieb nicht. Ach. 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 Und ist dir was eingefallen? Ja. Ja, 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 ja. Aber mir leider nicht. Rammelsberg ist... Du schreibst gar nicht, warum schreibst du denn nicht? Rammelsberg heißt das. Flupp. So. Ich habe Rammelsberg entdeckt. Ja, ich komme jetzt auch nicht. Hast du ihn auch entdeckt? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich entdeckt. So, jetzt bauen wir hier eine kleine Tür rein. Was hältst du denn davon? Ja. Holz hast du nicht dabei, ne, für eine Tür, oder? Nee, leider nicht. Okay. Na, ich mache das gleich. So. Fackel nehmen wir hier ab. So. Jetzt können wir hier einen schönen Eingang hier bauen, ne? Ja, Schwiegermittel findet es auch klasse. Das ist ja super. So, super. So Schilder, um natürlich jetzt nicht mehr zu sehen. Doof. Ne, machen wir doch so. Wenn wir das auch so einzeln hier, dann ist es doch besser. So. So. Machen wir das hier vorne noch ein bisschen ordentlich. Wollen wir uns da richtig schön mal auslassen. So machen wir das Ganze. Wollen wir mal richtig schön hier so hin, ne? So machen wir das. Eine Türsachse hast du nicht. Nein, die habe ich leider. Ich habe hier Pfeile dabei. Was soll ich mit den scheiß Pfeilen denn schon wieder hier? Los. Weg. Pfeile. So. Dann gehe ich hier kurz mal rein. So. Mitbringen wir mal hier was umpacken hier schon wieder hier. Zack, zack, zack. Ähm. Jetzt habe ich nur Eichenholz. Eichenholz-Türen sehen immer so scheiße aus, finde ich, oder? Ah, es geht, ne? Okay. Die Eichenholz-Türen müssen erst mal reichen. Höhlenhaus kann man auch mal wieder bauen, sonst... So, setzen wir jetzt hier das Türchen rein. Können wir gar nicht mehr hier abschließen. So. Ist gut, ne? Ähm. Hier draußen. Müsste ich jetzt nochmal... Ist ja egal, wohin. Vielleicht ist es hier einfach... Oh, was willst du hier? Los, verschwinde! Verschwinde! Kommt man hier raus, dann müssen wir alles hier nochmal richtig schön bauen dann. Und... Wo bauen wir jetzt den Weg weiter hin? Äh... Den bauen wir hier hin. Da kommt der Weg weiter hin. So. Jetzt habe ich das Werkzeug vergessen zum Drehen dafür. Oh Mann, ey. So. Einmal Waldläufer. Und nach Seehuser. Das ist immer ganz gut, ne? Super, jetzt stehen die Schiller genau verkehrt rum. Okay, dann reise ich mal kurz mal zurück. Nach Hause. Plupp. Da müssen wir hier auch noch was drunter bauen, ne? Wir müssen irgendwo vielleicht die Wegweiser im Haus hinbauen, vielleicht. Was hältst du denn davon so ein Wegweiser Raum? Erstmal wo ich den draußen hin. Was habe ich jetzt alles hier dabei, was ich jetzt nicht mehr brauche? Hier habe ich Knochen gefunden. Ich habe hier Granit gefunden. Ich habe hier so einen Pfeil gefunden. Ich habe Türen hier. Die brauche ich auch nicht. Ich habe hier Holz. Ich möchte hier das Werkzeug. Genau. Und, äh... Ich wollte jetzt hier so ein Schild mitnehmen. Genau. So. Ich möchte hier irgendwo so einen kleinen Wegweiserraum machen. Wird hier langsam voll hier auf der Ecke. Weißt du das? Oh, wer macht die Schilder hier hinten dann dahin, wo es... Wie haben wir es genannt? Rammelsberg, ne? Rammelsberg. Hammer. Oh, ich bin nach unten. Und was ist denn? Weiß es nicht. War es denn im Rucksack vielleicht? Merkwärts. So. Ich reise jetzt mal nach Rammelsberg und gucke, ob das funktioniert. Jawohl. Ich bin da. Das ist klasse. So, machen wir das. Cool. Na toll, der Verkehrtraum. Los, dann drehe ich noch mal ein paar Mal hier. So. Okay, die Sachen sind gedreht. Sieht gut aus. Ja. Die Marich und Hängerbrücke. Die sind auf einem Wiegen. Auf dem Zaun habe ich es draufgestellt. mal gucken ob sie gleich erscheint hier ja jetzt wieder gesagt hätte eine straße brauchen wir trotzdem hin dass das muss einfach sein ja klar so und ob es ist weg da ist es im schreck gar nicht so dann kann man ja wieder reisen nach weitläufer das portal ist aktiviert ja ein schiff wirklich noch mal reingehen ein paar material mit hier ein paar leiter mit weil die brauchen wir auch nämlich material schon mal mitzubauen weißt du hast du goldäpfel ich nehme nur material mit goldäpfel habe ich auch irgendwo ja verkehrt soapson ist ja vorne doch oh mann ey ich laufe wie die falsche gegen soapsonbricks haben wir nur ein stack daraus machen wir auch noch mal und zack und noch mal ein stack daraus machen wir auch noch mal soapsonbricks wir brauchen material dort haben wir auch so wenn wir das material schon mal mit gut wollen wir gucken ob es funktioniert ich bin schon direkt da kommen jetzt runter ich höre es ok dann gehen wir mal rein oh ich mein nether ich hab angst hallo ich kann nicht rausgehen oh das lava scheiße wo die viren gelandet ist total verkehrt ich denke das portal funktioniert scheiße na das ist aber doof ok jetzt muss ich mal die lava da eindämmen warte mal kurz vorsichtig 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 das ist ja doof das heißt wenn wir dann au ok ich gehe wieder zurück ich gehe weg da kam ich ganz woanders raus warum das denn das ist egal das ist doof dann dann müssen wir uns das tempo teleportieren und dort reingehen wenn du rein möchtest das ist ja doch ich habe das material hergestellt das bringe ich da jetzt hin das ist ja doof die ecke ist ja ganz doof die ecke ist ja ganz doof äh Tembur so ich bin dein Tembur das ist ja doch vielleicht gib mir ein portal dann das ist ja doof dann baue ich das tor unten erstmal wieder ab ja ich werde in der konfig nochmal was machen alter Tembur genau ja ich werde da auch noch schon was basteln nochmal aber in der gegend da war man noch nicht das war der große vorteil halt zu weit nah an so einer netherfestung und all sowas ja hier sind wir richtig dann gehe ich hier mal rein normalerweise laut dem mod sollte nur eins da sein genau hier sind wir richtig angekommen ja komm tritt raus ach bei mir total ja so so ja ja ich will hier geradeaus mich noch was hochbauen weißt du wenn du da guckst ja wo kreist du hier oben blöder gast hier aber geradeaus hoch dafür oben da durchkommen weißt du hier liegt ein schwert rum hier liegt ein schwert rum und ich mach mit ja aber da bauen wir heute nicht mehr ne weil es sind ein paar meterchen das schaffen wir heute nicht so so gehen wir wieder rein das ist ein goldschwert dann pack ich auch mal hier rein pack dir mal zwei goldäppeln ja toll wenn einer da reinkommen nimmt sie mit ja da würde ich nie was reinpacken was wertvoll ist ja das ist das tor das andere war unser tor ist ja du also wir kommen in der da ganz woanders raus kann auch dem vorteil dann sein so kommst du ja da bist du da bist du na ich fühle dich doch super da komm her ey diese Tür ist wieso auf zu auf zu ja entschuldigung ja 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 mir kannst du es ja machen ne hab dich lieb mein naja komm da kommt die Masche wieder bitteschön so ich lass mich wieder nach hause ich will mal kurz gucken die Kontext muss man bestimmt wieder auf den Server wieder einstellen müssen wollen wir wetten die Kontext muss bestimmt wieder auf den Server einstellen wollen wir wetten hm 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 ja glaube ich nicht ne normalerweise dürfte das nicht sein nein ja ja total kurz ja hier stehen da muss man mal notion mal gucken zurück zum spiel so nichtsdestotrotz nehme ich jetzt mal ich will doch mal durch unser portal gehen und was gucken willst du mitgucken oder Hose voll? ich hab Hose voll ok ich gucke mal zwei Gabo Bricks, dann gehe ich da noch mal rein und ich wundere mich schon die ganze Zeit was hier so riecht so jetzt von so durch geh, was passiert denn dann? das ist merkwürdig, mal sollte nur ein Tor im Nether sein jetzt haben wir zwei Computer? oh der Tag da war Computer Computer wo ist der blöde Gast? wo ist er? ich sehe ihn gar nicht oh warum hakt das gerade so? ja essentiell ng auch es gibt Nein, den kommen wir weg. Oh, ich bin jetzt noch gefallen. Ich bin immer gekrepelt hier. Es gibt noch so eine blöde Insel. Da drüben ist eine Messerfestung. Ich will den Zugang hier noch mal ein bisschen absichern, weißt du? Oh, ich bin jetzt noch mal ein bisschen absichern. Oh, ich bin jetzt noch mal ein bisschen absichern. Nur mal ein bisschen absichern, damit ja nichts passiert. Du hast ja eh die Hose voll gerade, ne? So. So. Das funktioniert ja auch hier. Ach, cool. Unser Tor ist näher, näher dran an der Netherfestung. Oh, da kann dir auch die Lohe begegnen. Wir sind viel näher dran. Okay. Da oben gibt es noch einen Sackwagen. Da hin. Da oben ist da oben. Ja. Da oben gibt es noch eine Stasi. Der Lauf ist auf jeden Fall. Dder. Weg kann sich da oben aus. Aber dann da oben oben ab. Okay. Dder. 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 wir haben schon wieder gefahren nicht verkehrt die lava kommt von der ganzen da oben wo kommt von da oben irgendwo da gibt es zwei verschiedene portale da gibt es ein netherfest, wir haben aber auch nicht weizen mit einem netherfest, wir müssen hier nur ein gebrück geboren. ja aber das ist schwer, von den ganzen feuerchen da an, mit einer netherfestung ok, soll ich wieder zurück kommen? ja, ich warte gleich, ich bin auch in der werkstattung, können wir uns ja noch verabschieden ja, ich komm zurück. ja mach das mal normal sollte nur ein portal da sein ich weiß gar nicht, wollen wir zwei haben das heißt, wir müssen das nether portal von ähm marvin, ja, wieder ganz woanders rauskommen das denk ich mir auch ich muss doch mal gucken in der config das hab ich mal lust zu nachher ähm, ich werde unser nether portal kurz deaktivieren aber wir sagen einfach tschüss ja so so, einmal gestorben im netherverkehr rausgekommen was kann jetzt noch schieflaufen ich hätte dusche kein warmes wasser wir alle so, werte freunde dann war es das für heute sind etwas mehr als zwei stunden geworden hat spaß gemacht auf jeden fall und ich denke mal bis zum nächsten Mal ne Ciao Tschüss My